Der Sechser der Franzosen, eng bearbeitet, das ist eine gute Idee, denn der, die 5-hagende 30-40 Meter Bälle, auf der Ecke, nicht bei jedem Fall, mit nichts passiert. Oh, mein Bruder in den Alpen-Grad fahren. Oh, oh, oh. Das hat mit zwei Kleinen zu tun und kurzfristig. Ich bin jetzt schon am Satz zu einer Kleine. Lukas. Moving. Diesmal gestartet. Ich kann nicht schreiben, wie viele Elfmeter sind. Wahrscheinlich. Oder welche Farbe das Trikot von Schüttel hat. Wieso weißt du das? Drei Farbe. Ja, alles. Da war alles eine gute Chance, nicht so schlecht, dass das Richtige zu tun hat. Hier wurde es halt mit den Fußgarten zu tun. Ich war...